Hallo Freunde, hier ist mein Filmfehler aus einem Film, den die meisten von euch gesehen haben. Sehr viele lieben diesen Film oder diese Filmreihe ja auch. Die meisten inzwischen schon gesehen haben. Das ist so, dass ihr in die Zukunft der erste Teil oder je nach versucht abzuhauen vor denen oder abhaut, besser gesagt. Versucht es ja nicht nur. Gleich kommen so mehrere Szenen, wo die das Dacho zeigen. Schaut mal ganz genau darauf, was auf dem Dacho zu sehen ist. Müsst jetzt gleich kommen. Man konnte es jeweils nur ganz kurz sehen. Aber ich glaube, es war sehr deutlich, dass die Zahl immer kleiner geworden ist. Ja, wahrscheinlich jemand nicht aufgepasst. Oder, keine Ahnung, verschiedene Male aufgenommen oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein Fehler. Also denkt ihr, kennt ihr noch andere Filmfehler aus der Filmreihe Zurück in die Zukunft? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auch gerne als Nachricht. Und lasst gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.